But you wake me up I was just a sleepwalker You wake me up Was just a never sleepwalker Hallo Freunde und willkommen zurück hier bei der Pokémon Weißen Edition gerade noch auf der Dorfbrücke Ich hab mich gerade schon gefragt, was mit der Musik passiert ist Die ganzen Spezialeffekte der Musik haben leider schon aufgehört weil ich zwischendurch ja ausgemacht habe Ich hab jetzt seltsamerweise nicht 11 Stunden am Stück gespielt Ich weiß, klingt komisch, ist aber so Und ja, das Calcium gehört jetzt uns Ansonsten gibt es hier eigentlich auf dem Wasser soweit ich weiß nichts, außer vielleicht noch ein paar schönen Pokémon Wobei schön ist da auch eher so relativ gesehen So einen Barschuf braucht man nicht unbedingt Wir hatten zwar eine ganze Zeit eins Aber so wirklich nützlich war das jetzt auch nicht Also doch, nützlich war es schon Aber kein essentielles Teammitglied Wenn es nicht gerade um die Verwendung von VMs außerhalb des Kampfes anbelangt Gut, alles klar Ich versuche jetzt hier ohne die Verwendung von Top-Schutz durchzukommen Und vor allem auch ohne ein Pokémon Haha, es hat geklappt Ich bin echt stolz auf uns So, was haben wir hier? Nichts Hier ist die Dorfbrücke Ach, hier ist die Dorfbrücke Gleich in der Sonnenstrahlung am Tag Gleiches Mondlicht in der Nacht Ich sauge alles natürlichen Strahlen auf Miguel, gefällt es dir dieser Klang? Spürst du, wie er das Herz ergreift? Jetzt, wo du es sagst? Nö Na mal hier Auch die Pokémon lieben unsere Dorfstullen Das Geheimnis des guten Geschmacks liegt im Bärenaufstrich Lecker Die Dorfbrücke ist genau das, was der Name vermuten lässt Eine Brücke wie Ein Dorf wie eine Brücke Äh, eine Brücke wie ein Dorf Äh, Moment Das stimmt auch nicht Es ist eine Brücke wie eine Brücke Du weißt schon, was ich meine So Ach ja, die Route 11 Stimmt Damit habe ich ja Daran habe ich überhaupt nicht gedacht Dass die ja auch noch fehlt Tunjem Ja, ich lese das gar nicht erst vor Ich kann das hier alles nicht aussprechen Das ist mir zu kompliziert Backpackerin Tanja mit ihrem Schneebedeck Was haben wir nochmal vorne? Captain Iglo, gell? Ja Nicht unbedingt die beste Wahl Wenn es um Schneebedeck geht Ich benutze einfach mal Blizzard Und gucke, wie weit das reicht Das ist immer normal effektiv Und ist wahrscheinlich ein bisschen stärker als Schlitzer Ja Ich weiß gar nicht Kriegen Eisattacken einen kleinen Buff? Wenn es hagelt? Hm Etwas, was man rausfinden müsste Was ist sie mit ihr? Uhu Hier gibt es eigentlich gar nichts Davon aber eine ganze Menge Wow, toll Okay Hallöchen Meine Pokémon und ich Wir verbringen viel Zeit miteinander Und verstehen uns auch ohne Worte Ob du gegen uns gewinnen kannst? Ich glaube schon Zumindest will ich das hoffen Jutta Die Jutta ist dette Na klar ist dette Jutta Mit ihrem Galoppa Jutta und Galoppa Eine Mann frei Oh, da haben wir genau das richtige Pokémon vorne Ja, okay Galoppa ist ein bisschen schneller als Captain Iglu Daran hätte ich denken können Aber selbst wenn ich daran gedacht hätte Hätte es nichts daran geändert Dass wir irgendeinen AP verschwellet hätten Dann wäre es wahrscheinlich Schlitzer gewesen Aber Im Endeffekt spielt das auch keine Rolle So Oh, 73 Was haben wir hier noch so? Noctuska Ne, auf Noctuska habe ich heute keinen Bock Zumindest nicht mit Captain Iglu Aber Pieps Pieps Kennt sich gut Noctuska aus Der wird das schaukeln So Akrobatik Jetzt bin ich mal gespannt Was noch so kommt Das ist ein Mantax Okay Mantax Da wechseln wir gleich mal auf Exeldica Auf genau so eine Gelegenheit Hat Exeldica nämlich gewartet Dass es endlich wieder nützlich wird Wasserring Ich frage mich gerade Ob wir Exeldica überhaupt Irgendwann mal Gewinnbringend einsetzen können Gerade noch In der Pokoliga Eigentlich ja nicht Das macht mir Angst Auch ihr versteht euch ohne Worte Ja, das tun wir Erinnere dich an uns Wenn du diese Beere hervorholst Ich werde diese Beere nie hervorholen Es ist so eine Yonago-Beere Und damit eine meiner Liebstenbeeren Die Arbeit als Ranger Macht Spaß Aber die Zeit mit den Pokémon Ist für mich die wertvollste Was auch immer geschieht Nie werde ich von meinen Pokémon getrennt sein So Ihn Ja, ihn besiegen wir jetzt auch noch schnell Machen wir erstmal hier die Straße fertig Please let me battle you So I can add our meeting Into my memory Okay John und sein Glibunkel Okay, damit können wir Wasserattacken vergessen Ich fliege auf dem Bildschirm Weg mit dir, du Fliege Aber Glibunkel Aber Glibunkel müsste auch so ganz gut weggehen Wie gesagt Das ist wieder ein typischer Fall Von fehlender Entwicklungsstufe Okay Captain Eglos vergiftet Warum auch nicht Da ist die Fliege wieder Ich weiß nicht, ob ich sie habe Keine Ahnung Your impact I will never forget it Das ist doch schön Wenn du das nie vergessen wirst So Dann gucken wir uns mal hier noch um Herzlich willkommen Twin Drake City Trainer Vielen Dank für deinen Besuch Auf ein baldiges Wiedersehen Bei uns nach der Rückkehr von Route 11 Wisst ihr, was ich jetzt tue? Hallo Twin Drake City Lange waren wir nicht mehr hier Und Lange werden wir auch hier nicht sein Ich will nur das Gift wegmachen Und dann geht es gleich wieder weiter auf Route 11 Die letzte Route, die uns noch fehlt Wobei Eh jetzt Ich die Zeit jetzt verpasse Ich kenne mich ja, ne? So ist es nicht Werde ich jetzt etwas tun Das nennt sich Pieps nach vorne holen Dann mit Pieps Nach Undula fliegen Dann schließe ich nur noch eine Stunde Zeit Und Ich glaube, wir kriegen auch nicht alle Ich glaube, das LP ist früher zu Ende Bevor ich hier wirklich alle erwischt habe Aber Soweit wir noch die Chance dazu haben Will ich wenigstens die anderen Familienmitglieder auch noch hinzuziehen So, wie gesagt Das lese ich alles nicht mehr vor Zumindest nicht von denen, die wir schon kennen Sein Bammelin Interessiert uns eigentlich relativ wenig Teddy Ursa und Schlabrohr sind auch nicht besonders wichtig Was Oma hat, habe ich schon wieder vergessen Also Ich würde sagen Gute Voraussetzungen Klassischer Fall von fehlender Entwicklungsstufe Ja, ja 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 Ja, das ist so ärgerlich Mann, Mann, Mann Ich nehme mich sehr in Acht Äußerst Äußerst unbarmherzig Möchte ich meinen So Ciao Ciao Schlappauer Ich finde es immer noch ein bisschen schade Dass Pieps ein Ähm Negatives Angriffswesen hat Da hätte ich vielleicht mal drauf gucken sollen Bevor wir es jetzt abholen Aber Es geht ja auch so So Oh, du glaubst Dass du gegen mich gewinnen kannst Ja, das glaube ich tatsächlich Das glaube ich wirklich Ach ja Bronzel Ich erinnere mich Da war ja was Ähm Mal gucken, wie wir das am besten wegkriegen Ich probiere es mal mit Akrobatik Wegen Step-Attacke Ja, wenigstens die Hälfte Oh, eine Heileplankade stirbt mich nicht Alles klar Das Bronzel ist Gut beseitigt Ciao, Kollege Was haben wir sonst noch so? Ach ja Ach ja Kangama Ich hab das morgen eh wieder vergessen Oder wenn ich das noch weiß Dann Äh Werde ich vergessen Was der vierte Trainer haben wird Wutanfall Okay Dürfte eigentlich nicht so stark sein Ja Man merkt halt Doch eindeutig Was Eine Step-Attacke ist Und was keine ist Golgant Ach ja Golgant Das stimmt Ich nehme mal Captain Iglo Der kann das Ich glaube Er hätte auch Erdbeben einsetzen können Das wäre eine vierfach Schwäche gewesen Von Golgantus Aber So muss das auch gehen So Sieh dir Wasser Ja Das muss eigentlich Ja Sage ich doch Perfekto Jetzt bin ich mal gespannt Was der vierte Trainer haben wird Oh ja Hab ich wohl verloren Hab ich wirklich stark Nach so langer Zeit Mal wieder einen Pokémon-Kampf bestreiten zu können Da kommt Freude auf Ja Es juckt mich schon in den Fingern Wärst du so freundlich Dich mit mir an einen Kampf zu stellen Nö 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 Keine Lust Wirklich nicht Nein Clifford Potrot Äh Potrot Warum Potrot Ist Potrot Käfer? Potrot war glaube ich mit Käfer Gesteinkäfer Da müsste Akrobatik ja eigentlich relativ gut funktionieren Trotz der riesigen Verteidigung von Potrot Potrot ist eins Der Pokémon tauscht Angriffe Und das war dumm Das war wirklich dumm Also zumindest Also eigentlich ist es echt klug Diese Attacke Wenn Potrot nicht in zwei Zügen kaputt gegangen wäre Slow Black Naja Das wird glaube ich eine Attacke überleben Und dann kriegt man einen Blattgeißel ab Das machen die Viecher oft Ich weiß nicht warum man dem Blattgeißel beibringt Ja Sag ich doch Ich hab keine Ahnung warum Aber Das sieht die KI irgendwie so Das Slow Black unbedingt Blattgeißel einsetzen müsste Ich kann mir das nicht erklären warum das gerade so toll ist Naja gut Pieps kann man jetzt gleich vergessen Nach diesem Slow Black Man hat gerade schon gesehen Dass es einfach zu wenig abzieht Ein Rabigator Okay ein Rabigator Mit dem hab ich einige schöne Zeit schon in den Stadions verbringen dürfen Damals war Captain Igloo noch ein bisschen schwächer Und das Rabigator ehrlich gesagt noch ein bisschen stärker Da hatte ich Probleme damit dass es zu schnell war Und dann mit Erdbeben in Volltreffer gelandet hat Das war nicht so nett Und da war Captain Igloo dann trotz Eigentlichem Flugvorteil relativ schnell Geschichte Das fand ich persönlich nicht so nett Aber ich hab mich jetzt für alle Miesen Rabigatoren in den Pokémon Stadions Da hab ich mich jetzt gerecht Ein Quackso Ein Quackso Na da rufen wir doch mal Exeldica Gut Exeldica Das Problem bei den Kämpfen hier ist Das ist ja im Prinzip wie die Familie Schieger In In Der dritten Generation Nördlich von Malvenfro City Nur dass die hier natürlich mit Familien Steigender Familienzahl Auch wirklich wesentlich besser werden Und so kann man sagen Ja gut Ich wüsste mich jetzt Was für eine großartige Stärke Ja Ich sag acht sehr gleich weiter Auch im Alter macht es Spaß Sein Pokémon im Kampf antreten zu lassen Manchmal kann so ein bisschen Aufregung Gar nicht schaden Du bist hier jederzeit willkommen Und beim nächsten Mal gewinn ich Ich glaub ja nicht Ja Was ich meine ist Man kann jetzt gar nicht so richtig sagen Ja gut Ich benutze jetzt dieses Pokémon am Anfang Da bin ich zwar gegen den Trainer gut Aber beim nächsten bin ich dann wieder Eher im Nachteil Nicht unbedingt vom Typ her Aber von den Attacken Hat man ja gerade gesehen Mit Pieps Ist ja eigentlich ein relativer Allrounder Aber der kam trotzdem Mit dem Bronzel Und mit dem Potrott am Anfang nicht klar Das hätten wir zwar mit Admorai lösen können Aber dann hätten wir Ja es ist nur ein Bammelin Aber jetzt mal so Für die Allgemeinheit gesprochen Ja das ist jetzt nicht nur ein Bammelin gewesen Sondern ein Weiß ich nicht Ein Garados Ja Und dann wird man mit Admorai anfangen Da wäre die ganze Sache auch schon wieder kaputt Wir haben die ganze Taktik Wir könnten ja Morgen Wenn ich da noch eine Folge aufnehme Wahrscheinlich dann die letzte Morgen Ich denke morgen werde ich dieses Let's Play Zu Ende bringen Werde mal sehen Es fehlt ja nur noch die Route 11 Und die Pucke Liga Also von daher Ja Route 11 Das hier Und die Pucke Liga Gut jetzt Aber erst mal Erstmal bitte die Maus in die Hand nehmen Das ist das Einzige mal Dass ich die Maus auch wirklich Benutze Um schnell zu diesem Top-Schutz zu kommen So jetzt hier einmal rum Denn wenn mich nicht alles täuscht Müsst ihr jetzt vielleicht die Eiszeit einsetzen Eiszeit Hallo Vielleicht müssen wir erst nochmal zu der Oma Wir haben uns die Oma zwar angehört Warum Was ist denn Was ist denn hier schief Warum geht das denn nicht Ich begreife das nicht Ich begreife das Beim besten Willen nicht Ich kann jetzt nochmal aufs Fahrrad Und kann nochmal hier hoch gucken Oma ist ja nicht mehr da Oma pennt ja jetzt Bei sich zu Hause Schutz wirklich mehr Ja wir müssen ja gleich wieder Einen einsetzen Oma ist jetzt wieder hier Ja Oma ist jetzt wieder hier Und theoretisch Müssten wir ja jetzt Wir müssen dieses Eis triggern Ich weiß nicht warum das nicht geht Der Nebel ist schon mal da Aber der Nebel sagt nichts aus Das ist das Problem Ja genau Runter vom Fahrrad Nein ich wollte eigentlich nur Die schöne Fahrradmusik In der Höhle haben Deswegen bin ich extra nochmal Vom Fahrrad runter Was soll denn dieser Mist Mit dem Q-Ram Ich bin doch nicht vollkommen blöde Ich würde es jetzt nicht nachlesen Müssen wie das richtig funktioniert Die Oma hat doch gesagt Man ist in der Nacht drin Weil das Pokémon in der Nacht rauskommt Also Müssen wir doch eigentlich Jetzt zu dem Pokémon Nicht hin können Weil das Pokémon ja jetzt Draußen ist Und dementsprechend Nicht in seiner Höhle Schutz wirkt nicht mehr Ja dann setz es halt nochmal ein Ich gucke mich jetzt nochmal Ganz genau um Hier rüber Kommen wir nicht rein Wir müssen da rüber Aber das geht nicht Da kommt man einfach nicht lang Ach ne war mir nicht so Dass man hier irgendwie In die Mitte kommen muss Ja wartet mal Wartet mal Wartet mal Ja So war es Ich habe schon an mir gezweifelt Ich habe echt an mir gezweifelt So war das So jetzt ist das Eis getriggert Jetzt können wir nochmal gucken Ob wir hier irgendwelche Items Übersehen haben Ich meine Ich mache nochmal das Itemradar an Schutz wirkt nicht Ja hier ist eh nichts Im Wintergebiet Traut sich kein Pokémon hin Ne Items haben wir anscheinend Auch nicht übersehen Ich gucke mich jetzt hier auch Nicht hundertprozentig um Also von daher Ja natürlich ist hier noch ein Pokémon Warum auch nicht Golbat Was auch sonst Die ätzendsten Höhlen Pokémon Zubat Golbat Fürchterlich Eigentlich immer ganz gut Am Anfang Ernsthaft Guck mal da vorne Ist doch schon das Kyurem Noch ein Golbat Ich würde kurz sagen Hier in der fünften Generation Ganz gut ersetzt wurden Durch das Pflegknäuel Das ist mindestens genauso Assi Und nervig Aber na gut Hey Wir sind bei Kyurem Ernsthaft Aber so im kurzen Weg Drei Golbat Ich bin froh Dass die überhaupt nicht übertreiben Die Viecher Gut Alles klar Flucht Weg hier So Freunde Ähm Ich speichere mal ab Aha So Kyurem Eigentlich Zumindest Hier In Schwarz und Weiß 1 Ein sehr Unnützes Pokémon Das Muss man einfach sagen Hier hat es noch Überhaupt keinen guten Attackspool Ähm Das bringt eigentlich Fast überhaupt nichts Das ist Hier noch kein gutes Pokémon Das entfaltet seine Richtige Wirkung Eigentlich erst In Schwarz und Weiß 2 Danach kann man Ordentlich mit ihm arbeiten Aber so hier Eigentlich nicht Im besten Willen Ich habe keinen Fluchtball eingesetzt Ich habe keinen Fluchtball eingesetzt Naja Daran klau kannst du nicht Oder nein Sehr gut So Aua Aua Hä Warum Hat das so Ich 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 Frag einfach nicht Ich sehe es als gegeben Und setze ein Finsterball ein So mal gucken Ob wir dieses Kyurem Jetzt noch fangen Ich gebe den Kyurem Alle Chancen Im Ball zu bleiben Das wird doch das letzte Für diese Folge heute sein Allerdings werde ich Unsere Pokémon nicht heilen Das werde ich Das kann ich euch sagen Wenn unsere Pokémon Besiegt sind Sind sie besiegt Dann sehe ich das Kyurem Als nicht gefangen Mache eine Folgenpause Und dann sehen wir uns In der nächsten Folge Wieder mit einem Gefangenen Kyurem Ganz einfach Äh Joa Finsterball ist immer gut Zumindest theoretisch In der Praxis Sieht das gerade Ein bisschen anders aus Nutzsituation Ja Nutzsituation Zieht mehr ab Wenn der Gegner voll ist Ja Ah das war gerade doof Naja Mal gucken Also bisher Haben wir schon Äußerst effektiv Unsere Versuche Dieses Vieh zu fangen Naja Der schmeißt man noch Ein paar Überbälle Ah Insgesamt null mal gewackelt Das ist ja wirklich krass Na gut Das wäre dann wohl Ächse dicker gewesen Ja Slash Slash müsste eigentlich Am meisten aushalten Von allen Wenn nicht gerade Irgendwas krasses Auf ihn zukommt Irgendein Besonders Mega Volltreffer Hey Wenn ich es einmal Schon gewackelt Das hat was Begrenzer Ich glaube nicht Dass Slash Irgendwas kann Was du kannst Ich Ich glaube ehrlich gesagt Nicht dran La 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 Notsituation Könnte Slash Höchstens Ganz gut Zu schaffen machen Ah Okay Ja Alles klar Kreiszeit ist Normal effektive Attacke Wegen dem Boden Das war Das war Ich glaube ich Meines Wissens nach Kurz bevor ich Das Offscreen Gemacht hätte Ramoth Ging mir einfach Auf den Sack Das musste ich Offscreen machen Das hat sich Das hat sich angestellt Wie eine Diva Aber Das war dem Geschuldet Dass ich einfach Vollkommen Unterlevelt war Eigentlich Um Dieses Ramoth zu fangen Wir waren ja glaube ich Noch nicht mal Ganz Level Sechzig Als ich Versucht habe Dieses Fieder Kaputt zu klatschen Deswegen Das war Nicht besonders Erfolgreich So Und die Folge Wird immer länger Okay Das war Slash Wir haben nicht mehr viel Ich setze jetzt erstmal Lauch und Leviathan ein Die nach einem Angriff umkippen Wenn es nicht gerade Begrenzer ist Und dann werde ich auch Gleich mal versuchen Timerbälle einzusetzen Soweit ich noch welche habe Ich weiß gar nicht Habe ich noch welche Keine Ahnung Sehe ich ja gleich Muss ich mal gucken Muss ich mal gucken Ja vier Stück Habe ich noch Müssen eigentlich Relativ gut funktionieren Theoretisch Praktisch Sieht die Sache Ja meistens anders aus Hä Oh Mann Oh Das ist immer Das nervigste Da habe ich es lieber Ich habe das auch schon Tausendmal erzählt Da habe ich es lieber Wenn der Ball Gar nicht wackelt Als Wenn du angetriggert wirst Oh es wackelt Oh es wackelt Oh es wackelt nochmal Es wackelt nochmal Du hast es Es ist rausgebrochen Hasse ich Hasse ich so dermaßen Was ist denn jetzt mit dir Äh ja ich schmeiß wieder Bälle Dreie gehen noch rein Ja Käpt'n Igglo ist äh Mit diesem Kyurem In der nächsten Folge Ist das Kyurem gefangen Das verspreche ich euch Dann werden wir noch Die Route 11 Zu Ende erkunden Noch einmal Gegen die von Zasters kämpfen Und dann geht's Zur Poker Liga Und Somit auch Zum Ende Dieses Let's Plays Allerdings Gut Wir sehen uns dann Das nächste Mal wieder Jochen wird Schwarz vor Augen Gute Nacht